Wenn Sie die Gesamtheit aller verbaler Tappen vergleichen mit der Gesamtheit aller Insekten, die es auf der Erde gibt, so ist eine Technik in der Schlagfertigkeit vergleichbar mit einem Insektengift. Ameisen in der Wohnung werden sie anders bekämpfen als Schnaken in der Nacht. Und wieder anders als Kakerlaken im Urlaub. Es wird niemals ein Mittel geben, das gegen alle Insekten gleich gut sammelt. Ein gutes Mittel wird bei 10% der Insekten. Ein sehr gutes Mittel vielleicht sogar bei 50%. Aber niemals bei allen. Und genau so ist es auch in der Schlagfertigkeit. Es gibt für gewisse Arten von Angriffen gewisse Arten der Erwiderung. Eine Technik kann mal bei 10% der Angriffe funktionieren. Wenn Sie Glück haben, funktioniert sie sogar an der Mehrzahl der Angriffe. Aber sie funktioniert niemals, immer.